Herzlich Willkommen bei OptikBlind in Ilshofen. Wir sind Ihr familiengeführtes Fachgeschäft für hochwertige Sehhilfen aller Art und bieten einen erstklassigen und lösungsorientierten Service. Unser Angebotsspektrum umfasst Brillen und Sonnenbrillen von renommierten Herstellern, weiche und harte Kontaktlinsen, spezielle Sehhilfen und ausgesuchte Uhren und Schmuckstücke. Im Rahmen einer fachmännisch einwandfreien Brillenglasbestimmung legen wir die haargenaue Grundlage für Ihre maßgeschneiderte neue Brille, die selbstverständlich perfekt sitzen soll und Sie optimal im Alltag unterstützen wird. Auch in Sachen Brillenglas können wir Sie optimal beraten und erstellen Ihre Wunschgläser mit exakt ausgeführtem Schliff direkt in unserer hauseigenen Werkstatt. Lassen Sie sich schon bald individuell beraten und profitieren Sie von unserer Erfahrung. Wir freuen uns auf Sie!